Gewinne, gewinne, gewinne! Kommen sie rin, kommen sie ran, hier werden sie genauso beschissen wie nebenan. Hallo ihr Lieben, heute haue ich euch erneut ein Nezhar Prime Giveaway raus. Warum? Der letzte Gewinner hat leider ein wenig Probleme mit seinem PC und kann den Gewinn leider nicht annehmen. Von daher, gut für euch, schlecht für Karim. Und um dieses Video wirklich das kürzeste in meiner YouTube-Geschichte werden zu lassen, kloppt mir doch einfach den Hashtag gib mir in die Kommentare, um an der Verlosung teilzunehmen. Denn ich bin heute ein bisschen auf Zack, ich nehme nämlich das Cyberpunk Let's Play weiter auf, das am Montag oder Dienstag dann hier auf dem Kanal erscheint. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen dritten Advent, legt die Füße hoch, genießt die Zeit, viel Glück beim Giveaway und bis morgen im Video. Bis zum nächsten Mal.